Nikola Tesla sagte, wenn Sie das Universum verstehen wollen, denken Sie an Energie, Frequenz und Vibration. Alles im Universum hat eine Schwingungsfrequenz, die eigentlich als Resonanzfrequenz bezeichnet wird. Wie funktioniert eine Reifmaschine? Die Theorie im Klartest kann mit der Analogie einer Open-Sellerin verstanden werden, die mit ihrer Stimme ein Kristallgas zerspringen kann. Das Glas vibriert von Natur aus bei einer bestimmten Frequenz und wenn der Sänger bei dieser Frequenz eine kantivulische Note singt, zerspringt das Glas. In gleicher Weise hat jeder Mikroorganismus, Blitzer, Bakterien, Viren, Parasiten, Möbeln, Schimmer und so weiter, eine anzigartige und spezifische Frequenz oder motoroskeletary Rate. Wenn Sie mehr von dieser Frequenz auf den Mikroorganismus übertragen, verursacht dies strukturellen Stress und der Erreger ist die Aktivität oder sterbt. Reifresonantoren erzogen, Resonanzwellen, die schädliche Krankheitserreger zerstören, ohne den Anwendern Schäden zuzufügen.